Aus die schönsten Sachen kommt Kinder, sieht euch satt, was er für Schätze hat. Einem Mut, einem Mäh, einem... Einbringt ans Becker lecker rein und packt unter Lachen. Aus die schönsten Sachen kommt Kinder, sieht euch satt. Was er für Schätze hat. Einem Mut, einem Mäh, eine Tetele, eine Tute, eine Rute. Eine Hopp, 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 eine D-Ladl-Dum. Einem Mut, einem Mäh, einem Tetele, eine Tetele, eine Tute, eine Rute. Wenn der Schnee zum Berg sich türmt, wenn es draußen friert und stürmt, Um die Weihnachtslichter, fröhliche Gesichter, alle Stuben blitzeblank, denn es kommt mit Poltergang. Durch die Luft die Kalte, rufrecht an der Alte und hustet Prost und dann, zeigt uns der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist da! Der Weihnachtsmann ist da! Wenn Sandy und Johnny verreisen, dann reden sie nicht so wie ihr. Sie sagen in Rom und Wien ewig und auch in die Appel am Bier. Frau Sundmaker, die Mutter von Ankes Freundin, schneidet unserer Tochter die Haare. Schlittenfahrt 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 im Schnee Unser Schlitten fährt uns heut' über Tal und Höhe. Schlittenfahrt 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 Jochai disadvantages Tschüss Schlittenfahrt Amir Dieser Z condensedfahrt Ich chale предuch Lungen Hopp, 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 die Schimmel traben durch die helle Nacht. Hopp, 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 die Schimmel haben eine schwere Fracht. Jingle Bells, Jingle Bells, bist du brav ja da. Hält das Christkind auch bei dir mit dem Schlitten an. Auf dem großen Winterweg hat es Holz geschnackt. Und die grüne Wiese trägt schon ihr weißes Kleid. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi. 1878 lief die Fernsehserie Heidi, die auch unsere Anke trotz Krankheit nicht verpassen möchte. Grüne Wiese im Sonnenschein. Heidi, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein. Halalaa Ebi, halala Ebi, halala Ebi iai hau poli. Shin? Heidi, Heidi, komm doch heim! Find dein Glück. Und die Katzen dabei – Heidi. Wo ist die Heidi? Nehmen wir die Heidi in die Hand. Das ist die Heidi, wohn sie mal. Unser Christian versucht sich auch im Singen. Untertitelung. BR 2018 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 Anfang Mai besuchte uns Familie Hoffmann aus Berlin. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018